Das Modulo Rechnen ist eine Rechenoperation, welche sich der Division mit Rest bedient. Das mag kompliziert klingen, wir verwenden es aber bereits tagtäglich, wenn wir über Ortzeiten sprechen. So sagen wir zu 14 Uhr häufig 2 Uhr, oder zu 18 Uhr 6 Uhr. Was wir dabei machen, ist dass wir von den Nachmittags-Uhrzeiten jeweils 12 abziehen. Wir ziehen also einen kompletten Umlauf von 12 Stunden wieder ab. Hier haben wir bereits, ohne es zu wissen, Modulo 12 gerechnet. Wir haben nämlich gesagt, dass 14 dasselbe ist wie 2, bis auf einen Unterschied von 12 Stunden. Also 14 gleich 2 Modulo 12. Dabei bedeutet Modulo 12 also, dass diese beiden Werte gleich sind, bis auf ein Vielfaches von 12. Und damit wir besser von einer gewöhnlichen Gleichheit unterscheiden können, verwenden wir ein Ist gleich mit 3 Strichen. Natürlich könnten wir die Uhr jetzt theoretisch öfter als einmal umlaufen, und sogar in die umgedrehte Richtung. So sind folgende Werte Modulo 12 alle gleich. Im Allgemeinen kann man dies nun für beliebige Werte machen, und nicht nur Modulo 12. Wer möchte, kann sich hier einfach eine Uhr mit mehr, oder weniger Unterteilungen vorstellen. Betrachten wir nun die mathematische Definition der Modulo-Rechnung. Seien a und b, zwei beliebige ganze Zahlen. Wir nehmen an, dass a und b ungleich sind. Weiter sei m ein Element aus den natürlichen Zahlen ungleich 0, welches echt kleiner als a und b sei. Dann gilt, dass a, gleich b, Modulo m ist, genau dann wenn a, als die Summe von b, unter einem Vielfachen von m dargestellt werden kann. Man sagt dann, dass a gleich b Modulo m ist. Wir wollen nun einige Beispiele betrachten. Diese sollen die Definition veranschaulichen, aber auch oft zeigen wie man selbst Werte bestimmen kann. Als erstes Beispiel behaupten wir, dass 16 gleich 4 Modulo 2 gilt. Entsprechend der Definition können wir nämlich sagen, dass 16 gleich 4 plus 6 mal 2 ist. Ebenfalls gilt, dass 35 gleich 2 Modulo 3 ist. Wir können 35 schreiben als 2 plus 11 mal 3. Gilt auch, dass 42 gleich 11 Modulo 5 ist? Nein, denn es existiert kein k aus den ganzen Zahlen, so dass 42 gleich 11 plus ein Vielfaches von 5 ist. Aber wie berechne ich so etwas nun effizient? Und vor allem auch mit größeren Zahlen? An Beispiel 2 oben wollen wir dies veranschaulichen. Gefragt ist also, was 35 Modulo 3 ergibt. Dazu rechnen wir 35 durch 3, was 11 ergibt mit einem Rest von 2. Dementsprechend können wir 35 schreiben als 11 mal 3 mit Rest 2. Und somit gilt, dass 35 gleich 2 Modulo 3 ist. Die Division mit Rest liefert uns unser Ergebnis, wobei genauer gesagt, der Rest des Ergebnisses ist. Übrigens ist es ebenfalls korrekt zu sagen, dass 35 gleich 5 Modulo 3 ist. Bei der Division mit Rest erhält man nur den kleinsten positiven ganzzahligen Wert. Andere Lösungen sind aber ebenfalls korrekt, da sie sich ja nur um ein Vielfaches unterscheiden. Betrachten wir den Restklassenring ZMZ. Dies bedeutet wir betrachten Elemente aus den ganzen Zahlen, aber Module M. In ZMZ sind nun bestimmte Mengen von Elementen enthalten, die sogenannten Restklassen. Diese Restklassen notiert man mit eckigen Klammern. Dabei sind nur Restklassen von 0 bis M-1 enthalten. Dies liegt daran, dass 0 und M, sowie 1, und M plus 1 Module M jeweils übereinstimmen. In der Restklasse von 1 Module 5 sind beispielsweise auch Minus 4, 6 und 11 enthalten. Diese Werte sind gleich 1 plus ein Vielfaches von 5. Man sagt dann, dass 1, 6 und 11 Repräsentanten der Restklasse 1 Module 5 sind. In diesem Beispiel wollen wir den Umgang mit Restklassen einüben. Wir entscheiden uns für Module 5. Als ersten Schritt listen wir ganze Zahlen auf, wobei wir uns auf den Bereich von Minus 6 bis 6 einschränken. Wir haben bisher gelernt, dass zwei ganze Zahlen Module 5 gleich sind, wenn sie sich nur bis auf ein Vielfaches von 5 unterscheiden. Daher ordnen wir obige Zahlen entsprechend um. Beginnend mit Minus 6, gehen wir 5 nach rechts zu Minus 1, und nochmal 5 nach rechts ergibt 4. Von Minus 5 können wir in 5er Schritten zu 0 und 5 wandern. Für die restlichen Zahlen gehen wir analog vor. Diese Klassen von Zahlen bilden nun gerade unsere Restklassen. Als Repräsentanten wählen wir die kleinste natürliche Zahl, die in dieser Klasse vorkommt. Als erstes erhalten wir die Restklasse mit Repräsentant 4. Als zweites die Restklassen 0, und so weiter. Die Restklasse 4 enthält nun unter anderem Minus 6, Minus 1 und 4. Würde man einen anderen Repräsentanten wählen, wie beispielsweise 6 statt 1, so sind diese Restklassen gleich. Dies liegt daran, dass ihre Repräsentanten Module 5 gleich sind. Insgesamt besteht Z5Z also aus den Restklassen von 0 bis 4.